Hallo Freunde, heute werde ich meinen Origami-Vogel falten. Indem wir erst so falten. Und so falten. So, sieht's dann aus. Dann wieder aufklappen. Dann ist jetzt der Stich. Gut, dann öffnen wir. So, bei den nach innen. Und dann das zur Hälfte. Und dann das zur Hälfte nach innen falten. Und diese kleine Hälfte jetzt bis hier her falten. Und dann noch weiter rein falten. So, hier könnt ihr es so lassen. So lassen wir es dann auch. Dann habe ich doch bis zu weit unten. Manno. Dann falten wir es. Und dann bis zu der Falte. Und dann das nach oben falten. Dann legen wir es so rum. Und falten wir diese Ecke hier. Ja, also das hier bis jetzt umdrehen und das auf der Seite genauso. Dann so wieder. Dann falten wir es hier oben und das. Dann falten wir von hier nach unten. So, und das dann einklappen. So sieht es dann aus. Und dann sind wir auch gleich schon fertig. Freunde, das war mein Origami-Vogel. Hier könnt ihr das hier noch ein bisschen nach unten knicken. Wenn es so euch besser gefällt. Sieht er so aus. Tschüss Freunde.